Diese Mähne ist nicht mehr. Amira Pocher macht kurzen Prozess mit ihren langen Haaren. 20 cm lässt sich die schöne Frau von Oliver Pocher beim Friseur abschneiden. Für manche Frauen ist so eine radikale Kürzung unvorstellbar. Die 27-Jährige scheint ihre drastische Haarverwandlung aber im wahrsten Sinne auf die leichte Schulter zu nehmen. Klavikat nennt sich ihr neuer Look, bei dem ihr die Haarpracht bis zum Schlüsselbein reicht. Nicht nur die verkürzte Länge ist neu, auch glänzende Beachwaves dieser Art haben wir an der Entertainerin bisher noch nicht gesehen. Uns gefällt's Amira offensichtlich auch, wie sie mit ihrem Keckenlächeln deutlich macht. Und noch ein weiterer Vorteil birgt das kürzere Haar der schönen Österreicherin. Denn in einigen Monaten erwartet Amira zusammen mit ihrem Oliver Baby Nummer 2. Ihr erstes Kind, ein Söhnchen, ist selbst noch ein Säugling und erst im November 2019 geboren worden. Mit bald zwei Babys im Arm würde eine lange Mähne, wie wir sie von Amira sonst kennen, sowieso nur stören. Der Longbob steht der 27-Jährigen nicht nur ausgezeichnet, sondern ist auch noch praktisch zugleich.